Wir sind gerade heute zum Floor Opening im East. Es gibt 43 neue Zimmer und wir begießen das alles mit einem Champagner und Gin Tonic und ein bisschen Zisch. Das neue Design finde ich sehr gelungen. Da haben sich die Designer echt was ausgedacht. Ist toll. Es ist mega cool und die Zimmer sind echt schön geworden. Die Mischung ganz interessant ist, dass es viele Räumlichkeiten gibt, wo unterschiedliche Sachen abgebildet werden. Highlight würde ich sagen, Ginbar, weil ich den Monkey ganz geil finde. Mein Highlight ist die Wein- und Bierbar. Ginbar natürlich. Wir hatten eben schon eine Currywurst und jetzt gehen wir gleich weiter ins Casino. Die Stimmung ist wirklich richtig, richtig cool. Es ist ein cooles Puppycum, junge Leute. Gute Drinks. Ich war heute auch beim Bavier, habe mir den Bad machen lassen, habe mir eine Massage gegönnt. Also jetzt trinke ich einen Wein. Super Abend. Es geht, was jetzt geht doch. Bis gut. Bis jetzt. Ok. Bis zum nächsten Mal.